Guten Morgen und willkommen an der Higa. Wir kommen gerade in der Schule an und warten dann, bis aufgeschlossen wird. Hier ist das offizielle Schultag zum Schulhof. Kommt mit, jetzt beginnt der Schultag. Um Viertel vor acht beginnt die Schule. Am Vormittag haben wir ganz normal Fachunterricht. Um zwölf Uhr geht es dann zum Mittagessen. Und was macht man davor? Na klar, Hände waschen. Und jetzt ab in die bewegte Pause. Jetzt dürfen wir auch in die bewegte Pause gehen. Die bewegte Pause ist 45 Minuten lang und es gibt eine Spielerkiste zum Fach Düden. Zum Beispiel hier die Seile. Nach der bewegten Pause machen wir in der Lernzeit unsere Hausaufgaben in kleinen Gruppen, sodass jede Schülerin selbstständig arbeiten, aber auch individuell unterstützt werden kann. Danach geht es weiter mit Fachunterricht. An zwei Tagen in der Woche haben wir anzunehmen eine AG. In diesem Halbjahr konnten wir zwischen ganz verschiedenen AGs wählen. Zum Beispiel Hündig mit unserem Schulhund Amira. Hier experimentieren wir gerade in der Chemie-AG. Eine andere Gruppe musiziert in der Trommel-AG. Jetzt ist Schulschluss. Ein Tag in der Ganztagsklasse ist nun zu Ende und wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald an der Higa. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020